Freunde, wir lagen meinen Freund. Und wenn der erst mal merkt, was mit seinem Kollegen. Alter! Dieser Spasti hat uns gerade schön das rechte Bein gefetzt. Einfach gar nichts gesehen. Einfach nur draufgehalten, ey. Nee, der hat uns jetzt schön das draufgehalten, meinst du, ja? Ja, mir rumt ihn nach. Ja, kann man jetzt gleich mal reparieren, das Bein. Der war auf Toilette. Alter, Mann. Okay, Infos. Erstmal die Orangen verballern. Ja, vielleicht jetzt meinst du, okay. Ja, noch 20 schwere Rüstung. Geht hier schon wieder nicht irgendwie? Jetzt haben wir wenigstens einige Granaten, da liegt noch niemand. Gut, jetzt können wir dann das Auto nehmen und einmal durchstarten, ne? Korrekt. Was machst du? Da hast du gerade Dauerlauf drin, irgendwie? Ich weiß alle, wie ich das gerade gemacht habe. Ist ja egal. Naja. So, also der Plan war jetzt für Maurice zu drehen. Und wirklich mit dem Auto durch diesen komischen Vorhof da rein. Zack. Zack. Feindlicher Helikopter. Hammergeil. Das ist jetzt gut für uns. Das ist sogar sehr gut für uns. Weil die jetzt gerade offenbar wirklich attackiert werden. Verdun, da. Scheiße. Oben unser eines Beines gefetzt. Wir sollten kurz vorher, hier an der Stelle oder so, noch kurz unser eines Bein aufpappeln. Hörst du mir zu? Ja, ja. Okay, gut. Ja, ich habe nur kein Feedback bekommen, deshalb. Wir sollten wahrscheinlich auch mal Reifen wechseln. So. Jetzt bin ich vollkommen egal. Und dein Bein wird jetzt noch durchgefliegt, oder was? Ja. Vor allem, weil wir leider keine Rüstung mehr haben. Oh, das ist halt nicht bitter jetzt, ja. Wir müssen dann nicht mehr zu Rüstung kaufen, einfach. Ja. Ich putze drei. Oh, diese moderne Chemie ist going to be the end of me. Ja, reicht so. Okay. Okay. Was für behindert, bitte. Arbeit wird sich lohnen. Sollen wir jetzt... Don't shoot, I'm with you. So, einfach vorne rein, oder was? Willst du den zweiten RPG noch mitnehmen? Ja. Ich gucke mir jetzt erstmal an, wie das hier aussieht. Ja, da hinten in dem Hangar stehen die Helikopter. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich hier dran vielleicht vorbeischießen? Also soll ich hier so mit dem Auto durch? Bamm! Oder einfach zu Fuß? Moment mal, ganz kurz. Ja. Ja, bitte. Okay, Leute. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, soll ich jetzt einfach... Überleg mal noch kurz weiter, denn... Moment. Ich mache einfach dann links. okay also auch ganz gleich wieder wir sind aber immer ganz kurz uns zu beraten alles klar bis gleich hier ist immer wieder frisch gestärkt geht's neu ans Werk wir haben uns gerade hier angeguckt und haben gesehen wir werden jetzt hingehen und jeden einzelnen von den Leuten richtig wir haben keine andere Alternative das wird jeder sterben so Moritz zockt immer noch übrigens der macht jetzt die Mission hier mal noch ganz brav fertig also wir haben uns jetzt oder in erinnerung ist nur ein RPG weil ich habe hier gerade Probleme bitte was ist denn nur ein RPG weil ja das hat gerade komisch ausgesehen ach so weil die beiden übereinander kriegen ja ja klar aber dafür würde ich mir ein Granatenwerker und 15 Werks mit jo und jetzt würde ich empfehlen für das russische Gewehr die normale Munition rauszuholen und die dumm reinzunehmen ich weiß ja gar nicht mehr ob das geht das ist ja das Problem 7,6, 2,9, 3 egal da hast du eh nur noch 38 Schuss da brauchst du vielleicht noch mehr deshalb hol die dumm noch mit zusätzlich ich habe ja von dem amerikanischen noch über 400 ach so ok das reicht ja nur jetzt kommt die erschieße kill it with fire ok und jetzt geht die Party ab hast du schon mal von den Keksen hier probiert? ja ja und kann man noch essen? kann man noch essen? alter Deutschland Mafia Freund gerettet Korkant ok jetzt kurz bei posig Granate, Granate weg, weg, weg hallo wer zur Hölle hat die da draufgeworfen? Ok, wir hören uns gerade selbst mit. Aber irgendwie nimmt er trotzdem auf. Ich weiß gerade nicht wieso. Der Ton vom Spiel ist gerade abgekackt. Echt? Alter, scheiße. Ich bin mir noch nicht sicher, aber... Ok, wir machen kurz. Erstmal den Ton vom Spiel wieder herstellen. Hallo? Ne, der Ton vom Spiel ist ganz weg. Speichern mal das Spiel. Ja. Selbst immer. Aus irgendeinem Grund ist gerade hier alles abgeschmiert, Freunde. Macht aber gar nichts. Gehen wir zurück. Gehen wir auf Optionen. Ton, also Sound. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich hier rausziehe. Ja. Ok, Moment. Nein. Wahrscheinlich hört ihr den Kronen, aber nicht mehr. Das kann sehr gut sein. Das allerdings... Gerne. Stört acht. So, jetzt sind wir wieder da. Ich höre mich nur um Linke. Und jetzt? Nee, immer noch. Aber ich flackert noch. Ok, Moment, ganz kurz. Brechen wir die Aufnahmenkuss ab. Ja, alles klar. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Alles klar. Ja, stell dich erstmal in Sicherheit. Ja. Und ich würde vorschlagen, gut immer den Kahl. Ja. Ja. Da hinten. Und dann rechts. Du musst ihn einfach jagen. So, ist er down. Nicht. Was ist denn das? Iron Man. Okay. Er ist verschwunden, okay. Gut. Was müssen wir jetzt machen? Weiter Richtung Helikopter nach vorne. Mhm. Oder auch nicht. Irgendwo ist jemand. Ich höre was auf dem linken Ohr. Schritte. Oder? Ja, was ist auf dem linken Ohr, ok? Puh. Inventar. Spritze 4, Spritze 4. Spritze 3. Hm, this modern chemistry is gonna be the end of it. Ja, hier nachwiesen wir. Definitiv zum Doc. Den Fall. Aber erst nachdem wir den Rennen umgeboren haben. Meines umgebracht, ja. Ja. Hm, das übernehme ich dann wieder, gell? Ja. Oh, Spritze 5, sehr gut. Und jetzt ist der falsche Zeitpunkt zu müde werden, Leute. Uh, das war von Wachtum. Das immer noch der Vortum. Verdammt. Na gut. Ok, jetzt. Ich hab keinen Bandsvort der Tür, kein Zehn für ein Bier. Das war der erste. Das ist ja auch die Gier-Sund-Dorf. Nö. Hm, hm. Und jetzt Granatenwerfer. Ach ja, was anderes Geiles. Uh, das war schlecht gegen die Tür. Oh, wir haben Leck. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal im ganzen Spiel Leck gehabt. Wow, was geht denn jetzt mit dem Spiel? Ich glaub, wir sollten das später mal gleich neu starten, nachdem du das hier gestoppt hast. Weil ich glaub, das kommt davon, wenn man jetzt zu lange spielt hiermit. Das ist ja auch schon abgestürzt, ne. Also nach der Mission hier neu starten auf jeden Fall. Gut, das hat ja zu weit geklappt. Jetzt müssen wir schon wieder zurück. Also eigentlich nur noch raus aus der Basis. So weit, so gut. Raus hier und ab ins Auto rein, hm. Ich frag mich, was rechts und links diese Grube sein, äh, machen soll. Und los geht's. Wir haben immer noch einen Platten. Wir sollten nur an der Tankstelle vorbei. Bevor wir zurückfahren zum Meister, ja? Mhm. Bevor wir zurückfahren zu dem Meister, da sollten wir erstmal kurz an der Tankstelle vorbei. Können wir machen an den Platten schon wieder? Ich glaube schon, ja. Wir haben schon wieder einen Platten, ja. Ja, verdammt. Ja, Mist. Oder? Ja, es ist wirklich mal schön. Du bist drunter durchgekommen. Oh, Gottes Willen. Jawoll. Sehr gut. Ja, spätestens jetzt ist hinten rechts glatt, glaube ich. Hinten links dürfte Platz sein. Ja, irgendeiner ist auf jeden Fall Platz. Merkt man ja ganz gut. Ist der Ingames-Hand jetzt auch zu leise oder passt so? Ja, der passt. Okay. Ja, nicht. Da ist wirklich keiner mehr. Doch, sicher. Da sind wieder welche. Also war es total unnittlich, die umzubringen. Ja, ja. Ich habe die gerne umgebracht. Okay. Dann habe ich ja nicht diesen Ganslinger mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Jawoll. Wir haben zwei Ganslinger umgefehlt. Das ist schon mal gut. Würde ich behaupten. Wir sind zwar nicht. 26 Guerillas, Alter. Jetzt können wir die wirklich umbringen. Also, danke. Das wäre dann meine Aufgabe, ne? Ja, ja. Und los die Police abfallern. Bam. Du bist jetzt ein Feind, ja. Das ist mir klar. Dann lassen wir unser Auto auch gerade wieder aufpacken. Ja. An der Tanke. Aber tanken tun wir nicht. Ne. Also gerade an der Tanke. Die kommt ja jetzt schon bald. Na gut, das ist so ein Stück. 9,0 Kilometer bis zum Ziel. Die Tanke liegt so ungefähr in der Hälfte, schätze ich. Das hat jetzt schon mal wieder geklappt, würde ich sagen, ne? Ja. Oh leck, oh leck, oh leck. Da ist er schon wieder müde. Haben wir hier eine Absperrung gehabt? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine Absperrung für die Stadt. Ah, ok. Für in die neue? Ja. Ist die schon hier? Schau mal kurz auf die Karte bitte. Nee. Da ist vielleicht noch eine Stadt, das könnte natürlich sein. Ja, abwarten. Da hast du nicht auf die Straße geschaut. Ja. Ja gut, kommt vor. Passiert manchmal. Ich muss jetzt auch mal auf die Tonspur gucken. Weil die macht heute wirklich Probleme. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das nächste Mal Nimmer GarageBand benutzen. Sondern mal Audacity. Kommt eigentlich auch dasselbe raus. Mal schauen, ob Audacity viel stabiler da läuft. Boah, da schübeln können. Ja, komm, wir sind wirklich auf die Fahrbahn. Und nun erhalte dich mal ein bisschen mehr mit unseren Zuschauern. Die wollen ja, dass du was lapascht. Ja, hab ich. Da hast du übrigens Maurice rechts neben mir her.